So und da sind wir wieder bei DLC Quest und heute spielen wir Live Premium or Die, ein DLC von DLC Quest und dann machen wir starten new game. Welcome to DLC Quest, Live Premium or Die. Thank you for purchasing the game of the year edition. You have been granted early access to the following abilities. Moving and jumping, audio, animation, pausing, have fun. Cool. Okay. Cool. Mister, mister, you have to help us. What's the premise? I mean, what's the problem? Something has been attacking the villagers in the night. Come on, follow me. Let's do this. Wait, slow down. Oh. No. Wow. How many must die to teach the game mechanics? Ja. Hat er natürlich recht? Ähm, ja. Oh. Hallo. Erstmal wieder Münzen sammeln. Particles Pack. Ah, ja. Das braucht man unbedingt. Ich will hier hoch. Das mich da hoch. So. Jetzt bin ich da oben. Was bringt mir das eigentlich? Keine Ahnung. Ah. Hier lies Shepard. 1942 bis 2013. Oha. Keeper of sheep. Defender of the flock. First to go missing at the hands of the creatures. Okay. Loy. Hier lies Williger John. Bis 2013. Geburtsjahr. Unbekannt. Killed by the creatures. Real talk. He wasn't paying attention. Hm. Here lies Williger Ryan. Try to fight the creatures died from dumped damage. Okay. Well, you get the idea. A lot of the villagers has been killed recently. Ja. Äh. Das. Ich habe auch das Gefühl, dass ein paar gestorben sind. Okay. Können wir hier irgendwo lang? Nö. Können nur. Nach unten. Dann gehen wir doch nach unten. Weee. Weee. What? Äh. Day one. Patch pack. Checkpoint pack. Okay. Ja. Können ein paar DLCs kaufen. Hallo. Hi. I am the town historian. I take the census. Jobs gotten a bit easier with all the mysterious murders. Oh. Hey. Silver lining, right? By the way. Did you know 75% of town people are from the UK? Okay. And 75% or more of this game takes place in the UK. That's a really weird thing to point out. It's for tax purposes. Yeah. Steuersache und so weiter. Ich muss manchmal das Spiel nicht verstehen, ne? Oh. Wer ist er denn? Despite the great danger our village isn't in. Is in. I cannot let you pass until you talk to our Major. It's absurd. Just let me pass. No. Can't do it. I don't think of trying to jump over me because I won't work. Even though I'm definitely looks like you should. But you can't. Ah. Unsichtbare Wände. Das Spiel ist schlau. Okay. Ähm. Das Spiel ist schlau. Baut unsichtbare Wände ein. Aber wer hätte das jetzt nicht versucht. Ganz ehrlich. Naja. Ähm. Okay. Da kommen wir noch nicht hin. Glaube ich. Äh. 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 It's dangerous to go alone. Take this. Take what? You didn't give me anything. Oh. I was just telling a joke. I'm the town comedian. Ha 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 ha. That's not a joke. You're just repeating things you're here and calling them jokes. Hm. It's got a loud lag. I think of the time through. Okay. Hey. 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 Du erzählst echt schlechte Witze, mein Freund. Was ist das bitte? Eh. I am the eldest of the village Good I was looking for one in charge Oh I am not in charge But you of the village I am incredibly senile They won't even let me tie My own shoes Oh How did I get here Okay that's enough I am leaving I am the middle aged man Of the village I have experience yet But I am still capable So I am the one in charge That makes a lot of sense You can tell me what's going on here I heard your village was in danger Yes Well no I mean yes the village is in danger But no I can tell you Why not I need you to retrieve something from me first Before I can tell you What Your village is in danger Why are you delaying I literally cannot explain How important this package is Find it in a cave east of here Okay Sollen wir ihn irgendein Paket finden Ich bin doch hier nicht der Lieferdienst Naja Hi Player Here to save the day again Well You know the rule Buy some DLC Okay Improve looting times With some optimizations We didn't think We are important enough To delay The game's launch Checkpoint Blah 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 Hier nimm alles Nimm mein Geld Checkste da sonst wo hin Okay Checkpoint Hier kommen wir nicht durch Okay Ähm Also müssen wir nach Da Hier lang So Äh Waren wir hier schon? Nein Ich bin senil Ah Ah ja Okay Hier kommen wir jetzt lang Hier sollen wir glaube ich auch lang Was ist das denn? Incredibly important Pack Das bringen wir wohl bestermal Bestermal Dem Bürgermeister vorbei Weil Ich glaube Da könnte was wichtiges drin sein Oder auch was völlig unwichtiges Das könnte natürlich auch sein Wir springen hier rüber Wir springen hier rüber Hier rüber Yeah Hallo Senilamann Hallo Bürgermeister Hier fällt mir ein important Package Now you must purchase it From this shopkeep Please hurry Uh what? Eee Eee Hi player Ja Important Importance of this pack The incredibly importance of this pack Cannot even be stated Without first purchasing this pack There are no refunds Incredibly important pack What Whatever Wieso musste ich das eigentlich bezahlen Du blöde Blöde Pottsau Warte mal Ich muss hier mal hoch Eh Eh So Das ist eine blöde Sau Alter Jetzt musste ich das Paket bezahlen What the fuck Talk Ah yes Much better Now I can warn you about the incredible danger Wait Was What was that whole important package thing about Why the color text of course Now I could describe something so important without the necessary Cessary colors Ja man kann nichts wirklich wichtiges beschreiben Wenn keine Farben mit Schätzen Da hat er recht Get on with it It is a dangerous creature Living To the east of our village It has taken many of other villagers Which Convential Convential Explains why there are so few of us here I don't know how it scales the griffs east of here You will have to find a way Take this word It will allow you to cut the vines That block the caves under the village Hopefully Jetzt was weggekriegt Ich bin so schnell Mann Everyone get this one Okay Check Warte Das muss ich nochmal vorlesen Ganz ehrlich Get moving You must fight and kill The beast That has revanged our village Boy You really like that color text It's fantastic Isn't it And I can do it To anything Check it out Banana Yeah I get it But I don't know why anyone would put you in charge Ich weiß auch nicht warum der Bürgermeister ist Ganz ehrlich Aber wir können jetzt da hinten durch die Durch die Die Dinger Da Verstehst du Durch die Dinger halt Hier durch diese Nein nicht Sehen wir hier vielleicht Ja New DLC Jump against the wall Then Geh weg Jump again If you have the DLC Of course Yes Das war natürlich Klar Dass man da erst An DLC Braucht Ach Das ist ja Geht ja alles hier Ups Ich bin gestorben Ach Deswegen auch die Checkpoints Siehste Checkpoints sind super Ich mag Checkpoints So kann man die Checkpoints umgehen Ach Die Stacheln umgehen Wow Wäre mir das mal eingefallen Ich hätte ein Spiel programmiert Wahnsinn Oh Gott Ein Jump and Run Oh Gott Oh ich hab's geschafft Yeah Ich muss mir mal die Nase putzen gerade Aber nö Kann gar nicht Muss Spielen Ah So Zack Zack Wie fies Ist das denn Arschloch Penner Äh 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 Oh hier sind ja noch mehr Münzen Äh okay Äh Ich hab Münzen Ich hab Münzen So Jetzt geht's hier runter Alter was ne Fiese Stelle Um einfach mal Stacheln zu platzieren Ne Komme ich da überhaupt drüber Achso Ohne weiteres Nämlich gar nicht Oh Gott da muss ich ja Ach Aber da unten könnte was Unglaublich wichtiges sein Ich hab ein Warjump DLC Okay Das ist ja ganz geil Ähm Warte Achso geht das Okay Okay Können wir hier hoch Nice Jetzt muss ich allerdings erstmal runter Ne warte mal Hier so weit runter geht's auch nicht Ah Ach das ist doch Zum Kotzen Das wird mich noch einige Zeit kosten hier Obwohl es eigentlich so einfach ist Aber gut Das Spiel macht mich aggressiv Das Spiel macht mich aggressiv What the fuck Ich muss doch die einen Sprung noch schaffen Das ist doch scheiße einfach Eigentlich Eigentlich war nicht Ich hab's bis jetzt Auch geschafft So Warte mal geht's hier oben eigentlich noch was Nö Da waren wir schon ne Alter Fick die Wand an Ich muss da unten lang Das ist ja die scheiße Glaub ich zumindest Vielleicht muss ich auch gar nicht da unten lang Aber Und da steht dann so ein Schild wie Haha Aber ich glaube nicht Okay ich bin durch What the fuck Gleich mal ein Checkpoint So Äh Was ist das Health Bar Pack Okay Das ist natürlich Nützlich Gott wie fies ist das denn Haha Wie fies ist das denn Okay das ging aber Das ging ja Parallax Pack Okay Was soll ein Parallax Pack Bitte sein Tell me Game Please Das hier muss immer weg Und das hier muss weg Ich muss alles einsammeln Ich will der Allerbeste Sein Wie keiner Vor mir war Wo sind wir denn jetzt Hallo Ich will der Allerbeste Sein Wie keiner Vor mir war Da unten Unten haben wir alles Oder Ich hätte gerne noch die Münzen da oben Ich hätte gerne noch die Münzen da oben So Oh You got it You got it No problem Sincerely Game Designer Okay Ist ja nichts Ist ja nichts Abstisselt Warte mal Wow das war gefährlich Das ist ja voll gemein Manchmal Ah wirklich Okay Mit dem Walljump Erspart man sich natürlich Einen Doppelsprung Das Ist natürlich Auch wieder Wahaha Oh Gott Oh Gott So Hier noch lang Ah Ein Pferde oben Ist hier noch Avocado Hilsone Ähm Ja da können wir uns jetzt aussuchen Wo war jetzt erstes hingehen Ich glaube also Alle Münzen sollten wir haben Sind mir natürlich schon runter gefallen Ganz Selbstverständlich Ich glaube wir gehen erstmal Da oben lang Ähm Wir gehen erstmal da oben lang Also hoch geht es hier nicht Und da auch nicht Dann lassen wir das doch Äh Äh Okay Und wir gehen hier oben lang Und wir sind in der Avocado Hillzone Warte mal Da ist der gestorben Ach jetzt sind wir hier einmal Einmal rumgelaufen Oder wie Mein Kopfhörer hat sich gerade verabschiedet Um Gottes Willen So Jetzt sind wir hier oben Jetzt haben wir noch DLC bekommen DLC NPC Pack Okay Whatever Fragezeichen What ever Ah ja Village So Jetzt kann ich natürlich hier erstmal kurz gucken Bei dem DLC Menschen So Jetzt habe ich es nicht gelesen Nee Das lesen wir noch Warte mal hier So Äh Walljump Pack Parallax Pack Diehard Graphics Fans Rejoice Parallax Scrolling Moose The Background Layers For a Subtle Death Effect There are no refunds for this item Okay Particles Pack Okay DLC NPCs for the win Explore the rich history and backstory of this virtual character Charakter Äh Okay Und ich habe eine Lebensleiste Mit Herzen die überhaupt nicht überdimensioniert sind irgendwie So Links rechts von hinten Die ist das Hier geht es noch weiter Ne Oder Ja hier geht es Hier geht es weiter durch Boom Alan Please add So name Okay Ich glaube ich kommen wir später hin Kann das sein oder Alan Please add world Okay Da hat Alan Wolf vergessen Die äh Welt zu Add Ja Das äh Kann gut sein Äh Gehen hier mal durch Gerade Ich habe nämlich noch eine Vermutung Am Dieselator hier War da so Hier kommt man doch irgendwie durch Das habe ich doch im Morin Oder nicht Okay Wir gehen Erstmal hier runter Ey warte mal wir müssen ja da hoch ne Warte mal wir müssen Ja Oder warte Waren wir schon da oben Wir waren doch schon hier oben Da drüben bin ich doch schon durchgegangen Und habe da oben Irgendwas noch gefunden Ja 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 So Ne Also wir gehen erstmal rüber Wir können auch mal Oh Gott wir müssen eine Aufnahmepause machen Das sehe ich ja alles gar nicht Ähm Ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Die Folge war mal ein bisschen länger Und ähm Ich bedenke mich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein macht's gut Auf Wiedersehen und ciao